Spanien Schau mal, Execupt. Du kannst nicht bleiben mit dem Hotel. Eifpulli bitte? Ich hab eifpulli bitte, Du kannst nicht bleiben mit dem Hotel. Da gibt er jetzt die Glator oder? Da gibt er Platz. Da ja erweilt dich. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen Dank. Oh, hier wird warm. Fast nicht, was wird warm? Wahrscheinlich wird die einigste von uns. Jetzt haben wir schon gelacht. Dann können wir jetzt mal die Lachen fahren. Ja. Lass dich ein bisschen dabei sein. So ist das nicht so glatt. Das kommt mal vorhin. Da frag ich noch. Regi, kannst du das nicht bleiben. Du kannst nur noch mal, du kannst nur viel teurer sein. Was denn? Ja. Wenn wir klatschen, dann klatschen. Was? Wenn du heil ankommst. Dann halte ich es mal. Herzlich willkommen in Palma de Mallorca, meine Damen und Herren. Bitte bleiben Sie noch so lange angeschnallt sitzen, bis das Flugzeug die endgültige Parkposition erreicht hat und auch das Anschneidzeichen über Ihrem Sitz wieder ausgeschaltet wurde. Öffnen Sie die Gebäcksfächer.